Willkommen in meiner Red Kitchen. Ich bin die Sonja und heute zeige ich euch wieder ein Spezial. Und zwar mache ich ganz leckere fruchtige Smoothies. Das passt ja in die heiße Jahreszeit und die ersetzen auch schon mal eine Mahlzeit. Und ich habe drei ganz leckere Smoothies zur Auswahl. Da könnt ihr euch einen aussuchen. Musik